Herzlich Willkommen zur heutigen Tagesenergie mit der Seelenschamanen Britta C. Lambert. Fühle dich motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten. Tauche nun hinein in die Energie des Tages. Ganz herzlich Willkommen zu unserem Tagesimpuls vom 29. Januar. Die Tagesenergien für heute sind das 4. Siegel Bayonada, das 9. Siegel Limati und das 1. Siegel Anada. Ja, heute dürfen wir wirklich das, was wir gestern in der Tiefe bearbeitet haben, so richtig auf die Erde und fühlbar in unser Leben bringen. Bayonada unterstützt uns dabei wirkliche Formen von Schmerz, die wir in unserem Herzen gespeichert haben und die unser Leben einfach ganz massiv steuert, weil wir einfach immer das in unser Leben ziehen, was wir aussenden. Und wenn Schmerz gesteuert ist, Schmerz in unserem Herzen gespeichert ist, unser Herzchakra ist der Hauptspeicher für alle Wunden, dann senden wir Schmerz aus und erleben natürlich wieder Schmerz. Und die Herzreinigung, die Herzheilung ist für mich mit die schnellste Transformations- und Heilungsmethode, weil wenn unser Herz frei ist von Schmerz und wenn unser Herz voll ist mit Liebe, dann ist das, was wir aussenden Liebe und dann ziehen wir in unser Leben immer mehr die Liebe. Und das ist das, was Bayonada heute für uns tun möchte, unser Herz wirklich zu reinigen von jeder Form von Schmerz, die uns hindert, das Leben unserer Wahl zu leben. Oftmals sind diese Schmerzen wirklich ganz, ganz alte Urschmerzen, die weit, weit zurückreichen. Und das Siegel Lemati hilft uns dabei wirklich jede Form von Urschmerz zu heilen, die mit dem Verlust an Vertrauen, an göttlichem Urvertrauen zu tun hat. Ja, es ist diese Energie, die Lemati heilen möchte, die den Schmerz zum Ausdruck, den Jesus im Garten Gethsemane zum Ausdruck gebracht hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir erkennen alle das Gefühl, von Gott verlassen worden zu sein, dass niemand uns hilft, niemand wirklich für uns da ist, noch nicht mal Gott. Dass vielleicht die Liebe Gottes für alle gilt, nur für dich nicht. Das ist einfach dieser ganz, ganz alte lemurische Schmerz. Ich habe das schon so sehr oft auch angesprochen, ja, den viele durch den Untergangs Lemurias erlebt haben, dass wir letzten Endes niemandem vertrauen können, noch nicht mal der göttlichen Quelle. Und wenn wir diesen Schmerz in uns haben, dann ist keine Hingabe möglich. Dann ist keine Hingabe an die göttliche Quelle möglich. Dann ist keine Hingabe an die Engel möglich in letzter Konsequenz und schon gar nicht an unsere eigene innere Stimme. Und wenn dieses göttliche Urvertrauen fehlt, dann fehlt natürlich auch das menschliche Urvertrauen. Das heißt, wir haben natürlich auch kein Vertrauen in das Leben, das es gut mit uns meint. Dass es uns immer genau das beschert, was jetzt richtig ist. Dass es immer darum geht, dass jetzt genau das ansteht, was der nächste Schritt einfach zum höchsten Wohle für uns ist. Und wenn wir dieses Urvertrauen in das Leben nicht haben, dann wird es natürlich schwierig, geerdet zu sein, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen. Und Lemati unterstützt uns heute einfach dabei, diesen Urschmerz, den Verlust des göttlichen Urvertrauens zu heilen. Denn wem dieser Seelenanteil fehlt, der möge heute wirklich heimkehren, damit die Seele wieder in ihre Einheit kommt und die Fähigkeit des Urvertrauens, des göttlichen und auch des menschlichen Urvertrauens, wirklich wieder voll und ganz uns allen zur Verfügung steht. Ja, und Anada, bei Anada geht es wirklich darum, Anada ist das menschliche Urvertrauen, das Urvertrauen in die Erde, in das Leben an sich. Dass einfach weiß, ich darf immer und zu jeder Zeit mich anlehnen und ich bin sicher und das Leben hat alles zur Verfügung, was ich brauche. Ja, und Anada verleiht mir die Fähigkeit, das aufzunehmen, was die ewige Liebe und Güte mir zur Verfügung stellt. Weil das ist das menschliche Urvertrauen, dass mir einfach, wenn ich das habe, dann bin ich geerdet, dann stehe ich mit beiden Beinen fest im Leben, dann weiß ich, ob ich jetzt rechts oder links gehen soll und bin einfach im Vertrauen, dass mir letztlich nichts geschehen kann, egal ob ich rechts oder links gehe. Ja, und dieses schmerzfreie Sein mit einem absolut gesunden, göttlichen und menschlichen Urvertrauen, dieses Bewusstseinsfeld eines wunderbar geerdeten Lebens im Einklang mit der Natur und mit allem, was ist dieses Bewusstseinsfeld, lade ich dich jetzt ein, gemeinsam mit mir und mit allen Lebenverbundenen mit den Siegeln in ihrer Reihenfolge in Verbindung mit dem Um zu initiieren. Om Bayunada Om Lemati Om Manada Om Bayunada Om Lemati Om Manada 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 Om Manada